Als mir dann mein damaliger Model-Booker gesagt hat, keine Ahnung, ist das nicht, oder auf jede Story geantwortet hat, wo ich auch Sport gemacht habe, aber nicht zu viel Sport machen, deine Beine werden zu dick, das hat mich halt so krass... Ja, natürlich. Es ist nicht nur, es wird nicht so erzählt, es ist auch wirklich so. Also in New York, die Models, als ich da auch beim Victoria's Secret Casting war, die haben alle nur gefrorene Trauben gegessen und nur Tequila getrunken und Abführmittel genommen. Ja, das dehydriert einen, es dehydriert einen und dann wird man irgendwie noch schlanker. Und wirklich, das war eigentlich so krass. Und natürlich machst du da auch mit. Also wenn das dann so ein Traum ist von dir, man denkt so, man hat jetzt nur einmal diese Chance, ja, dann machen wir das jetzt alle und essen nichts. Und wenn am Ende des Tages, wenn wir nur gefrorene Trauben gegessen haben, dann yay, erfolgreicher Tag.